guten morgen meine liebsten zwei stunden im hotel dann wieder auf dem platz ein kurzes bericht das sind unsere lkw die jungs kommen gleich sind am frühstücken das sind unsere hallen ist auch alles vorbereitet ladefläche komplett für alles ist ja da büroräume und da 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 Und jetzt weiter Richtung Ukraina. Slava Ukraina. Bis dann.